Daisy Lang weiß ihren Körper einzusetzen als Model außerhalb des Rings und als knallharte Kämpferin innerhalb. Das Stuntgirl steht auf der Liste für den nächsten Bond-Streifen. Normalerweise denke ich daran, für mich ist wichtig, dass ich in diesem Kampf richtig zeige, was ich kann. Ich habe meinen letzten Kampf gegen Lisa Foster. Vor vier Monaten war es ihre boxerische Überlegenheit, die zu einem klaren Punktsieg über die Amerikanerin führte und nach dem WIBF auch den GBU-Titel einbrachte. Sie will noch höher hinaus. Dazu ist aber nicht die Länge entscheidend, sondern das Gewicht.